Skate Battle Regensburg 2011 Servus Leute, jetzt ist es endlich soweit. Skate Battle Regensburg 2011, das große Finale. Vier Skate-Arms haben es geschafft und geben sich die Jahre um vier Preise. Die erste hat die Wahl zwischen einem coolen schwarzen Man-Shirt, einem blammer Putzen-Slipper von Vance, ein paar schönes Paar Ethnisschuhe, ein niedellanges neuer Stack von Blambi, Promot von Colin McKay. Die Preise sind natürlich gesponsert von unserem lokalen Skate-Arms von Gugnatz Regensburg. Also zieht es euch rein, wir sehen uns.